Moin liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von, wie habe ich es genannt? Level, die ich als Kind schon zum Ankotzen, Level, die mich als Kind schon angekotzt habe. So hieß das Ganze. War ein bisschen lang und deswegen habe ich mir gedacht, nenne ich das um. Und zwar heißt es jetzt Level zum Ankotzen. Ist viel kürzer, ist viel prägnanter. Level zum Ankotzen, Level zum Ankotzen, Folge 2, heute. Ihr seht es, wir bleiben einfach auf dem Super Nintendo, weil das bietet sich gerade an. Und, ähm, ja genau. Moin liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von, wie habe ich es ursprünglich genannt? Level, die mich als Kind schon angekotzt haben. Das ist ein bisschen lang, deswegen habe ich mir gedacht, nenne ich das Ganze um. Und zwar heißt es jetzt nur noch Level zum Ankotzen, Folge 2. Erstmal vielen Dank, dass ihr so zahlreich das erste Video angeguckt habt. Ich glaube, es sind tatsächlich 20 Klicks oder so gewonnen. Geil, ja? Geil. Genauso muss es weitergehen. Ähm, ich habe sogar Kommentare bekommen, die habe ich nicht beantwortet, weil das vergesse ich im Moment noch irgendwie so ein bisschen. Aber das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Ich muss mal eben kurz meine Käppi richten, damit das auch ordentlich aussieht hier alles. Sehr schön. Äh, genau. Level zum Ankotzen, die Kurzversion, Folge 2. Und zwar zocken wir weiterhin Super Nintendo, weil das bietet sich halt gerade eben an. Und auf dem Super Nintendo gab es ein Spiel, was uns sicherlich alle angekotzt hat. Nämlich genau das hier. Super Mario Kart. Und Super Mario Kart, wir gehen jetzt einfach mal direkt rein, denn es gibt einen Cup, der hat mich als Kind richtig, richtig angekotzt. Moment, wo muss ich hinrutschen? Da, so. Ich weiß, ich habe es gar nicht beim letzten Mal erwähnt, aber diese Wand ist schon geil, oder? Es war besser als jeder Greenscreen. So, wir machen, äh, wir machen einen Start hier. Und zwar gibt es ja einmal 50 Kubik am Anfang. Gibt es eigentlich später noch mehr? Ja, ne? Auf jeden Fall 50 Kubik und 100 Kubik. So, die 50er habe ich jetzt schon durch, die 100er auch. Fast, bis auf einen Cup, der sich dann da freischalten lässt, wenn man denn die anderen drei durchgefahren hat. So, wir nehmen jetzt erstmal hier Captain Toad. Und ihr seht das hier, Mushroom, Flower Cup, Star Cup. Die gibt es bei 50 auch. Allerdings schaltet sich bei 100 dann noch dieser Cup hier frei, der Special Cup. So, bei den 50ern irgendwie nicht. Und wie es weitergeht, weiß ich nicht, denn ich habe als Kind diesen Special Cup auf 100 nie geschafft. Und genau deswegen versuchen wir das jetzt hier. Mal gucken, ob ich in meinem Leben ein bisschen dazugelernt habe. Und dann legen wir jetzt mal direkt los mit Mario Kart Special Cup Captain Toad von hinten. Wo gucke ich drauf? Ich gucke nicht in den Bildschirm. So, und los geht's. Ich habe keinen Plan, wie ich irgendwie einen Kickstart oder so machen kann. Frag mich wirklich nicht, keine Ahnung. Ja, das läuft schon wieder richtig geil hier. Richtig geil läuft das. Oh Gott, ey. Das ist aber auch so eine Dreckstrecke hier. Ich weiß gar nicht, gibt es die eigentlich auch als neue bei Mario Kart? Wenn ihr das wisst, in die Kommentare, da ist ja klar. Vielleicht findet sich ja irgendjemand von den zwölf, die sich dieses Video angucken werden. Oh, fuck you. Gut, es sieht bisher nicht ganz so geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Problem bei Mario Kart ist ja, oder bei Super Mario Kart ist ja, wenn ich nicht in die Top 4 komme, dann verliere ich ein Leben. Das hat mich ja noch nie verstanden. Jetzt stelle ich mal vor. Aber, also das System ist ja folgendes. Ihr spielt. Ihr fahrt ein Rennen. So, mit 8 Teilnehmern. So, und wenn ihr 1. Welt kriegt, ihr 9 Punkte, als 2. 6, als 3. 3. Und wenn ihr 4. Welt kriegt, ihr 1 Punkt. Und wenn ihr dann aber 5. werdet, dann verliegt ihr ein Leben. Ne, kennt man ja aus der Formel 1 auch. Ich hab schon Fnäschen. Wah! Toll. Sterne ist auch nicht so lang. Das heißt, ich muss jetzt hier mindestens Vierter werden, um überhaupt weiterzukommen. Wobei Vierter werden manchmal halt auch ziemlich scheiße ist. Weil dann kriegt man halt einen Punkt, verliert kein Leben. Aber kann die Strecke halt nicht nochmal fahren. Ne, das ist ja das Problem manchmal hier und da. Das kann wirklich noch zu richtig Kacksituationen führen. Und da ich ja eigentlich hier Gold holen will, wäre so ein 1. Platz schon gar nicht mal so scheiße. Und jetzt hab ich... Oh nein, du Spasti! Oh, ach fickt... Oh, nee. Ja gut. Dann können wir gleich direkt das erste Leben opfern. Oh, fuck. Meine... Ja, genau. Ja, ich erinnere mich wieder, warum ich das als Kind ziemlich scheiße fand. Ja gut. So, jetzt haben wir genau dieses Szenario. Ich hab mein 1. Leben dann jetzt schon offiziell verloren. Weißt du, als wenn... Warum... Du musst überhaupt zu Ende fahren? Ja. Ihr seht das, ich hab 3 Leben. Übrigens anders als bei neuen Mario Karts gibt es hier immer 5 Rennen. Nur damit du Bescheid wisst. Also ich muss jetzt diese 5 Rennen mit noch 2 verbleibenden Leben bestreiten. Muss ich jetzt B drücken oder A? B. Okay, jetzt ein bisschen durcheinander. Also nochmal, ne? Ziel ist Platz 4. Obwohl, das reicht ja nicht. Ich will ja Gold holen am Ende. Das Ding ist aber auch, ich muss wirklich zu meiner Verteidigung sagen, ich hab das nicht geübt. Also die Strecke jetzt hier. Weil wie gesagt, Special Cup konnte ich ja vorher gar nicht fahren. Hat der den voll in den Arsch bekommen. Ich konnte ja Special Cup vorher nicht auf 50 Kubik fahren. Weil bei 50 gibt's den ja gar nicht. Ich hab keine Ahnung, was die sich da früher dabei gedacht haben. Und dass dieses ganze System hier mit... Oh, wenn du nur 5. wirst, dann verlierst du ein Leben. Dass das totaler Bullshit ist. Das haben sie ja später selber gemerkt. Boah, Alter, du Spasti, ey. Schuppen hier nicht. Und das Ding ist auch, ich kann hier in diesem Spiel nicht schnell in die Kurven fahren, ne? Ohne Scheiß. Ich rutsch da immer raus. Ich hab keinen Plan. Ich weiß irgendwie, dass man in gewissen Situationen irgendwie viel hüpfen muss oder so. Zack, hier jetzt auch. So, komm. Was ist das denn? Ohne Scheiß. Da hast du schon mal so eine rote... Oh. Was macht der da? Genau, das weiß ich auch noch von früher. Da muss man irgendwie hüpfen. Dann ist der schnell wieder weg. Es sieht auf jeden Fall besser aus als gerade. Und irgendwie so um... Jetzt den Anschluss zu Platz 1. Was heißt Anschluss des Sesseren? Aber... Um jetzt irgendwie nicht am Anfang direkt schon zu verkacken... Wäre so ein zweiter Platz schon nicht schlecht, ne? Er ist gerade Stupfenzeit, ne? Das merkt man an meiner Nase. Oh, Freund... Nee, komm. Lass die Scheiß-Banane da, du... Was ist das denn? Oh, jetzt hat er schon wieder einen verkackten Stern. Boah, hab ich da Glück gehabt. Wuhu! Aber vierter Platz ist zu wenig. Ich muss da vorbei, ich muss da vorbei, ich muss da vorbei. Ja! Ja! Ja, 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 ja. Das ist okay, das ist okay, Freunde. Das ist okay, ist okay, ist okay. Zweiter Platz, damit kann ich leben. Komm, das ist cool. Da sehen wir es nochmal. Bunt auf bunt. Aber ihr seht, wie schwer, oder wie schwierig, 100 Kubik sind. Weißt du Kubik, ne? CC. 100cc. Das ist total... Ey, bei Mario Kart 800 CC im Schlaf. Aber hier? Okay, das ist doch eigentlich eine coole Strecke, normalerweise. Denke ich jetzt mal. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich hier Power-Stadt mache. Wirklich überhaupt gar nicht. Oh. Oh, oh, fuck. Ja gut, das ist natürlich doof, weil ich kenne die Wege hier echt gar nicht. Genau. Weißt du, es sind 30 Fahrer vor dir. 30 scheiß-kack-Fahrer sind vor dir. Und du schießt genau durch die durch. Aber okay, so schwierig ist das Level hier nicht. Warum fahre ich denn immer da lang? Wobei, hier kann ich doch voll abkürzen. Hier kann ich nicht. Oh, fuck, ey. Oh. Scheiße. Das wäre auch irgendwie zu einfach gewesen, wenn ich da hätte abkürzen können. Na ja, okay. Soll ich den Stern noch bis zum Schluss jetzt einfach behalten? Ich glaube nämlich, bei Super Mario Kart, da muss man irgendwie keine Angst haben, dass man das Item irgendwie verliert, was man da aufsammelt. Weil es kann irgendwie keiner klauen. Und, ähm. Ich glaube, wenn man über eine Banane fährt oder so, behält man das auch trotzdem. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt ist schon Final Lap hier. Und komm, jetzt mache ich auch nochmal. Oh, nein. Das glaube ich doch jetzt nicht. Ich dachte, ich kann da einfach rüberfahren. Oh, nee. Oh, scheiße. Oh, fuck, ey. Jetzt werde ich schon mein zweites Scheißleben. Fuck, ey. Wie gesagt, ich habe als Kind diesen Cup nie geschafft. Und jetzt im Alter von, äh, 18 Jahren schaffe ich es auch nicht. Scheiße. Vielleicht hätte ich auch einfach mir die Strecken vorher mal angucken sollen. Aber ich habe mir gedacht, ey, komm, das ist ein super Mario Kart. Und ich meine, die anderen Cups haben ja bisher auch ganz gut funktioniert, ne? Ich kann ja keine Ahnung, dass das jetzt hier so ein Katastrophenausfall... Ach, du Scheiße. Jetzt fahre ich da genau drüber, oder was? Und was ich ja auch total ätzend finde an diesem Scheißspiel ist, dass vorne ja immer der gleiche Pferd, ne? Also die gleiche in dem Fall. Hier, Peach. Also, dass da jetzt irgendwann... Oh, fuck. Oh, no. Oh. Also, dass da irgendwann mal jetzt ein anderer vorne ist, das ist quasi ausgeschlossen. Also, ich muss jetzt schon Erster werden. Sonst... Oh, man. Ich habe jetzt einfach mal den Pilz eingesetzt. Und das ist, das ist auch eine ganz große Scheiße in diesem Spiel. Und zwar, die anderen Fahrer, ihr seht das vielleicht manchmal, die müssen gar nichts einsammeln. Was war das denn jetzt? Die anderen Fahrer müssen gar nichts einsammeln. Bin ich auch irgendwann mal wieder groß, oder was? Die anderen Fahrer müssen tatsächlich nichts einsammeln. Die haben einfach nur immer... Na, hallo! War ohne Scheiß, ne? Ich bin die ganze Zeit, bin ich Zweiter da irgendwie. Sogar als ich klein war. Da kommt dieser dreckige Donkey Kong Spasti. Drückt mich weg, und dann kommt der nächste auch noch vorbei. So, also, Freunde. Das ist... Wir gucken uns mal die Punkte an. Peach ist weg. Das ganze ist schon... Peach ist jetzt schon weg. Äh. Zweiter Platz muss das Ziel sein jetzt. Ey, so eine Kacke. Oh, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, weiter geht's. Runde 3. Und das ist das Ding, ne? Also, wäre ich jetzt Fünfter geworden, dann hätte ich jetzt ein Leben verloren. Und hätte aber das Rennen nochmal fahren können, dann in dem Fall. Ey, ohne Scheiß fickte ich einfach. Ganz im Ernst. Oh, Mann, ey. Fettsack. Scheiß Donkey Kong. Donkey Kong Junior, muss man ja sagen. Da der nächste dreckige Bastard... So, auf jeden Fall. Wo war ich eigentlich vorhin stehen geblieben? Bevor dieses Fiasko da passiert? Geil! Bin ich geil, oder was? Ja. Äh. Die anderen Fahrer müssen irgendwie nichts einsammeln. Die haben alle... Ein so ein Item. So ein Standard-Item. Das ist zum Beispiel bei... Donkey Kong, glaube ich, die Banane halt einfach. Oder Prinzessin Peach, die wirft dir mal so einen komischen Minipilz oder so einen Kack, der einen dann kleiner macht. Wirf die ab. Und wenn du vorne bist, dann wirft die das Ding die ganze Zeit ab. Die hat davon unendlich viele und die bewirft dich und bewirft dich. Das ist alles... Ja, genau. Ey, sag mal... Was da... Boah! So eine Scheiße hier, ey. Ganz ehrlich, das ist so eine große Geburtstags-Scheiße hier. Oh, und dann hau ich da noch immer gegen die Ecken. Ich spast, ey. Boah, der war richtig Pro-mäßig eingesetzt. Ich bin ja gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, wenn ich mal irgendwann vorne sein würde, dann würdet ihr sehen, wie der hinter mir die ganze Zeit seine Scheiß-Items einsetzt. Von denen der unendlich viele hat. Oh, dieser dreckige Bastard, ne? Und dann kommt der wieder. Sie sehen, die sind auch... Die Platzierungen sind genau gleich wie gerade. Genau gleich wie gerade. Ja, auf eins komme ich jetzt sowieso nicht mehr. Aber gut, immerhin. Zweiter Platz. Das Ziel muss sein, zweiten Platz zu holen. Übrigens, meine Haare. Wir sehen total fettig aus, ey. Das ist ja auch schon abends. Naja. Mit Käppis besser, ne? Oder lässt man eigentlich Haare vorne stehen bei Käppis? Ne, ne, das ist ja... Oh Gott, das sieht aus wie ein Bauarbeiter. So. So. Ja, okay. Und hier noch so ein bisschen... Sieht sehr gut aus. So, auf jeden Fall. Zweiter Platz. Das ist bisher das Beste, was ich erreicht habe. Nicht in meinem Leben, aber heute hier. So. Und da sehen wir Peach. Peach hat natürlich wieder gewonnen. Das ist klar. 27 Punkte. Ich habe nicht mal die Hälfte. Aber der zweite Platz ist drin. Und das wäre immerhin schon mal ein Anfang. Nachdem ich, glaube ich... Ich glaube, ich habe als Kind diesen Cup überhaupt nie geschafft. Gar nicht. Also in keinster Weise. Komm, lass es knacken, Junge. Wo ist ich hin? Ach da. Einfach mal hier die Banane. So, ich bin jetzt... Ach du Scheiße. Wie soll man denn da durchfahren? Mal ganz im Ernst. Wer hat denn diese Strecken... Jetzt fragt euch mal wirklich. Diese Strecken hier aus diesem Special Cup, die wurden nicht mehr neu gemacht. Also die wurden nicht irgendwie neu aufgelegt für Mario Kart irgendwas. Fragt euch mal warum. Weil die total spaßtimäßig sind. Da habt ihr auch das Item gesehen von Bowser gerade zum Beispiel. Der wirft irgendwie so einen kleinen Feuerball nach hinten ab. Also den werde ich im Leben nie bekommen, diesen Feuerball. Aber das sieht schon wieder richtig kacke aus gerade. Das sieht nicht gut aus. Ich mag irgendwie diese Feder. Aber ich muss ja wirklich hier um... Einige... Ach du Scheiße. Das ist... Oh, das war ein großer... Oh nein. Oh. So, jetzt hier. Oh, ich will lieber meine Feder haben. Fünfter Platz ist echt gar nicht mal so gut, ne? Ja, genau. Ja. Scheiße. Ohne Scheiße. Was ist denn hier los? Ey, das ist doch kacke. Komm, Junge! Und dann... Nein! Jetzt werde ich vierter. Fertig... Ja, okay. Donkey Kong hat sich sechs Punkte. Das heißt, der hat jetzt fünf mehr... Warte mal. Fünf mehr? Gut, als ich. Da war ein hinter mir. Jetzt ist der vier vor mir. Okay. Das ist nicht cool. Okay, warte mal. Das ist jetzt... Das war Runde vier. Oh, fuck. Ich glaube, dann kann ich mir Platz zwei schon abschminken. Weil... Im Normalfall... Sollte ja... Peach Erste werden sowieso. Es sei denn, ich werde Erster. Dann habe ich Chance. Dann wird Peach Zweiter. Und Donkey Kong wird Dritter. Dann könnte ich noch Zweiter werden. Also ich muss gewinnen. Ich seh das aber auch. Meine Frisse. Ich muss jetzt mal die Haare ordentlich machen. Wie ist es an der Seite? Aus wie so ein Spastel. Okay. Gut. Also. Ich muss jetzt Erster werden. Um Zweiter zu werden. Am Ende. In der finalen... Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, Rainbow Road. Ist das jetzt eigentlich eine... Ist das die... Die, äh... Aber die kann ich doch. Die kann ich doch von Mario Kart 8. Die kann ich doch von Mario Kart 8. Boah, Alter. Wie das flimmert, ne? Das ist ja grausam, ey. Boah. Das muss ja damals auf dem Röhrenfernsehen noch schlimmer gewesen sein. Oder? Das Geile ist aber wirklich, ich kann die Strecke. Also ich weiß die Abläufe, wo die lang geht so. Das ist richtig geil, dass ich weiß, wo die Strecke lang geht. Oh! Fuck it. Na gut, aber hier ist ja noch lange nichts verloren. Hab ja noch alle Möglichkeiten. Alleine nur schon, weil ich mich auf dieser Strecke ein bisschen... Fick dich doch mal ganz im Ernst! Oh, Mann, ey. Jetzt hab ich gerade so ein bisschen Hoffnung hier geschöpft. Boah, Alter, wirklich, das flimmert so in den Augen, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Kriegt man da nicht einen elliptischen Anfall? Das ist wirklich... Boah. Aber jetzt... Weißt du, auf so einer Strecke, die zwei Zentimeter breit ist, kriegt der natürlich einen Stern. Ich verstehe auch nicht... Hier kann jeder jedes Item kriegen. Ich bin nie im Leben runtergef... Also da so... Boah. Ja, als ich runtergeflogen bin, hab ich's alles gesehen. Es gibt auch viel zu wenig Items hier, die ich mir holen kann. Weißt du, die ganzen Spassis, die haben so viele Items, wie sie wollen, und ich krieg einmal pro Runde irgendwie eins. Yoshi, du Arsch... Das gibt's doch gar nicht! Ja, aber ganz im Ernst, dann fahr ich gleich. Also wenn ich jetzt wirklich keine Chance hab, hier Erster zu werden... Ich fahr das nochmal. Mal ohne Kack, ne? Bei Mario Kart 8 fall ich da nicht runter, wenn ich so da langfahre. Ja, okay. Pass auf. Ich fahr's einfach jetzt hier zu Ende. Ich hab doch noch ein Leben, oder? Zweimal bin ich, glaub ich. Hat's nicht gereicht. Ja, komm, nicht Letzter... Ja, nee, 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 nee. Okay. Das ist halt jetzt meine Chance. Retry, letztes Mal. Danach ist Schicht. Scheiße. Okay. Ich muss jetzt Erster werden, um Zweiter zu werden. Ganz einfach. Das ist die Aufgabe. Sollte aus irgendeinem Grund Donkey Kong hier Zweiter werden, hab ich halt Pech gehabt. Wobei, das wird in diesem Spiel nicht passieren. So, und jetzt, den reiß ich zusammen. Fahr die Kurven nicht ganz so eng. Rette dich vor dem elliptischen Anfall. Meine Augen tun mir sowas von weh, wenn ich hier auf diesen Bildschirm gucke. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber es läuft. Ich mein, guck dir das mal an. Ich hab schon sogar einen kleinen Vorsprung. Geil, jetzt hab ich sogar abgeschossen, oder was? Aber jetzt darf Peach nicht nur... Das ist natürlich wichtig. Ich darf jetzt nicht Peach angreifen, weil die muss Zweite werden. Fick dich doch! Was möchtest du abspielen? Oh, es hat Alexa gerade irgendwas gesagt. Hat sich wieder angesprochen gefühlt. So. Oh, jetzt mach ich wieder den kleinen Wiener. Nein! Das kann doch echt nicht. Jetzt mal ganz im Ernst, Freunde. Jetzt ganz im Ernst. Ich will wenigstens... Auch wenn mir der zweite Platz am Ende überhaupt nichts bringt, ne? Ist ja so, weil ich muss ja so... Und wieder! Ich mach genau die gleichen Fehler, wie vorhin. Weil bei Mario Kart 8 kann ich so da langfahren. Das funktioniert. Ja, das war's. Bei welcher Runde sind wir? 4. 5, 4. Ganz... Genau wie gerade. Ich war am Anfang so gut. Dann mach ich einen Fehler. Und dann kommen die anderen Spastis alle. Boxen sich hier runter. Und nicht vergessen, das ist 100 CC hier, ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist 100... Der ist doch nicht mal auf mich drauf! Das ist ja eine Frechheit. Mal ganz im Ernst. Guck mal nach unten. Peach überrundet mich jetzt gleich. So, und jetzt fahre ich diese Ehrenrunde. Ach, Peach, die ist schon durch. Ach ja, klar. Gut, jetzt fahre ich eine Ehrenrunde. Oh, ist das demütigend, ne? Mario Kart, Super Mario Kart, hat mich besiegt. Guck mal, wenn ich springe... Aber das ist doch vorher gewusst. Ich hatte doch vorhin auch so... Wenn ich springe, dann kann ich ruhig gegen diesen Stein springen. Da passiert gar nichts. Ja. Was passiert jetzt hier? Ja, liebe Freunde, das war... Level zum Ankotzen. Folge 2, heute... mit dem Special Cup 100 CC in Super Mario Kart. Ich weiß nicht, wenn ich mal irgendwas nicht schaffe, muss ich das nochmal haben? Ich weiß noch nicht. Vielleicht überlege ich mir das und wir machen es einfach nächstes Mal nochmal, wenn ich Bock dazu habe. Für euch gilt natürlich, für euch alle drei, die zusehen, fleißig liken und abonnieren und Kommentare schreiben oder im Zweifel macht einfach, was ihr wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, wie frisch fand ich dieses Schnitzel und was mir sonst noch so einfällt. Tschüss. Tschüss.